Wir befinden uns in der IMS Hinterbrück. Die Besonderheit an unserer Schule sind die Module. Davon gibt es jede Menge, von Kochen und Sport bis zur Informatik und Physik. Philipp wird jetzt eine Schülerin zu unseren Modulen interviewen. Hallo Viktoria. Viktoria, welche Module findest du für dich besonders interessant? Hallo, ich finde die Module Kochen und Englisch am interessantesten, weil sie mir die Möglichkeit geben, mich frei zu entfalten. Danke Viktoria, dass du dir Zeit genommen hast, uns über deine Module zu erzählen. Bitteschön. Durch diese Module lässt sich der Unterricht auch nach den Schülern und Schülerinnen richten.